Hallo und herzlich willkommen hier zu dem Video, ja mit dem 370 Set als Rennversion heute unterwegs, auf der Suche nach Easter Eggs. Ja, ein Easter Egg habe ich gefunden, scheint auch scheinbar noch kein anderer gefunden haben, ist zumindest mal sehr, äh, ja sehr eigenartig. Ist zwar jetzt eigentlich, ähm, nichts weltbewegendes, aber ich finde es irgendwie ziemlich cool gemacht, also, das ist sowas, das fällt einem gar nicht auf, normalerweise. Einfach so im Spiel, befindet sich in der Stadt Jackson. Und ist auch gleich hier vorne, hat etwas mit den Schneemännern zu tun. Drum einen riesen Zeppelin. Jetzt hier hin fährt, zwischen den Schneemännern, man hier einfach mal umfährt, müsst ihr mal beobachten. Er lacht. Merkt euch das? Seht ihr? Wenn man ihn jetzt umfährt, muss ich etwas mehr Anlauf holen. Das ist unglücklich gefallen da, das ist der Kopf im Sand. Hell im Schnee. Ist der Mund nach unten, also es ist sehr traurig geworden, das finde ich sehr cool. Also, wenn man die umfährt, werden die, äh, wird der lachende Smiley zu einem traurigen Smiley. Kann man hier bei dem auch gerade mal wieder machen. Ich finde das sehr cool, das ist mir ja gestern aufgefallen. Hat sich mit einem anderen gespielt. Ja, und er hatte gesagt, ja, fahr mal den Schneemann um, fällt dir da was auf? Und ich hab einfach mal den Schneemann angeguckt und hab nichts gesehen. Und dann, ja, ist mir aufgefallen, dass er plötzlich nicht mehr lachen tut. In jedem Fall cool. Lachen da Schneemann. Oh man, ich muss schneller fahren. Das ist jetzt auch mega fehl. Ich fahr extra langsam da wieder, dass man das auch sieht, dass der bloß nicht über den Kopf fahren. Ja, besser könnte man den jetzt nicht da vorne haben. Und jetzt ist der Mund nach unten. Also Freunde, das ist einfach nur richtig cool. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Like da oder einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Schau bis zum nächsten Mal.